Radikale Gleichberechtigung und Gleichstellung für alle. Du lässt niemanden zurück. Dekoloniale Erinnerungskultur und dekoloniale Politik in allen Bereichen der Gesellschaft. Wir kämpfen für dekoloniale Klimagerechtigkeit. Der globale Süden wird missbraucht für billige Produktion und als Müllkippe Europas. Schluss damit. Gute und diskriminierungsfreie Bildung für alle, unabhängig vom Einkommen und jenseits von Leitkultur. Würdiges, selbstbestimmtes und barrierefreies Leben und Wohnen unabhängig von Pass und Status. Die Verfolgung aller rassistischen TäterInnen, die bis in die Berliner Polizei und Justiz hinein vernetzt sind. Wir fordern, dass unsere Parlamente endlich so aussehen wie die Menschen auf unseren Straßen. Machtkritisch, zu lang schon sind die Gleichen an der Macht. Setz ein Zeichen gegen Unterdrückung jeglicher Art. Unterdrückung durch die Auntねu.